Zunächst einmal war es ja so, dass man normalerweise nach dem Studium nicht dort anfangen konnte, wo man wollte, zu arbeiten, sondern man wurde einfach irgendwo hingeschickt. Ich habe mich dann aber für Berlin beworben und wollte Innere Medizin machen als Ausbildungsfach. Und dann wurde ich nach Buch geschickt. Und zwar wurde mir gestattet, dass ich also in Berlin meine Facharztausbildung machen kann, aber mit der Auflage ein Jahr in der Klinik für Lungenheilkunde in Buch zu arbeiten. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, weil wir damals auch noch operiert haben. Und dann bin ich da hängen geblieben und habe noch meinen Facharzt für Lungenkrankheiten und Tuberkulose gemacht. Ich bin dann gewechselt in das Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten, weil ich dort meine Promotionsarbeit gemacht habe und bin dann von dort sehr früh vorgeschlagen worden, in eine Polyklinik für Lungenkrankheiten und Tuberkulose in Friedrichshain zu übernehmen. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich war zwar sehr jung, 34, mit zwei Kindern. Es war natürlich keine leichte Aufgabe, aber es war eine Herausforderung für mich. Und dann fingen eigentlich erst richtig die politischen Schwierigkeiten an, weil man mich werben wollte für die SED. Das hat eine Kollegin mir mitgeteilt, die selber auch SED-Mitglied war. Und da bin ich in große Konflikte gekommen. Ich wollte nie in die SED und wäre auch nie dort eingetreten. Aber das Problem war ganz einfach, die hätten mich nie in Ruhe gelassen. Und ich wollte meinen Job gerne dort weitermachen, weil er mir Spaß gemacht hat. Und dann bin ich den leichteren Weg gegangen, bin in eine der Blockparteien gegangen, also in die CDU. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, lag die CDU natürlich mir am nächsten. Aber wohl wissend, dass diese Blockpartei natürlich, sage ich mal, eine Steigbügelhaltung für die SED war. Und gut, aber man hat dann versucht, an der Basis seinen Weg zu finden. Hatten Sie denn vor weiteren Anwerbungsversuchen Ruhe? Ja. Ich habe gedacht, du setzt dich damit nicht auseinander, weil du gehst nicht in die SED. Und das war natürlich für mich ein Schritt, der in Aussicht gestellt wurde, dass ich dann nicht mehr geworben wurde. Berufliche Konsequenzen hatte der Eintritt in die CDU und das Absagen, formulier es jetzt mal, an die SED nicht für Sie. Nein, aber ich sage mal so, was ich ja später natürlich nach der Wiedervereinigung erfahren habe, auf mich wurde ein sogenannter IM, ein informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit, angesetzt. Und der hat entsprechende Berichte über mich geschrieben, die für mich nicht sehr vorteilhaft waren. Komischerweise haben sie mir aber beruflich nie geschadet. Komischerweise haben sie mir so, was ich 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 mir Vielen Dank.